Das ist der perfekte Name für die NPCs. Und als Abkürzung kann man BK nehmen. Mann, wie weit geht's denn noch? Ich hab keinen Bock mehr. Diese Mission ist so stinklangweilig. Ja, ich bin nur so hoch, weil ich... Ich hab ja in der Konzert seit einem Jahr und da hab ich gedacht, nämlich das Level 20 Ding gleich. Von daher ist der jetzt auch schon so hoch. Sonst wäre er noch nie mal so weit. Und ich erkunde auch immer gerne die Karten. Niedlich. Hier eine Mine. Auf einmal leben die NPCs schon wieder. Und was nun? Gottverdammt, hier kommen wir 30 neue Gegner oder was? Alter, wie wählt der aus? Na, ruhig mal die zur Hilfe. Greif den da an! Alter, ist das Vieh stark! Alter, ist das Vieh stark! ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Untoten sind ehrlich gesagt ein Witz Und weg sind sie Und weg sind sie Untertitelung des ZDF, 2020 Und weg sind sie Ja natürlich Und oh sind die so nervtötend Ich zeig euch gleich mal meinen Elementarmagier Ich werde den glaube ich dann auch wieder so ausrüsten wie er sein soll Ich liege tot auf dem Boden obwohl ich den gekillt habe Was ist denn das denn für eine Sauerei Ist doch echt nicht normal hier Hey du, liege wenig auf dem Boden tot rum du Arsch Na endlich Immer diese faulen Schweine So mal gucken, wo geht das nächstes hin Erleck mich doch Hin, her, hin, her Was wollen die denn noch mehr Also ich werde jetzt noch kurz die Hauptquest hier mal mit dem hier noch schnell diese eine hier damit ich die Belohnung kriege noch machen und dann werde ich kurz mal zum ELE wechseln Hmm 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 Die Augen sind sich nicht eigentlich wie vorgegangen werden sollen Ich habe ein Plan Ich habe ausgehandelt Ich habe ausgehandelt Ich habe ausgehandelt, dass ihr da für die jeweiligen Augen dauerhaft befreien wird Ich werde dann immer noch die Hochvision befehligen, aber auch ein wenig wie zwischen uns und den gebeten Augen sein Soll er trotter sich während eurer Abliegenheit weiter in den Ziergännen Angelegenheiten kümmern Ich verstehe Durch Jaul wurde sie zu einer persönlichen Angelegenheit Doch der orianische Drache ist eine allgemeine Bedrohung Gegen ihn brauchen wir starke und verlässliche Verwildlichkeit Also gut, jetzt müssen wir uns entscheiden Wir haben sie mit dem Rachenfestteil der Mikromaten zu geben und zu verstören Der A3 gebührt da Wir wissen, was wir tun Also lasst uns jetzt ungestört den Kristall vernichten So arbeiten wir am besten Eine so wichtige Vernichtungsmission überlasse ich sicher nicht einem Gürtchen gemäht ab Wartet auf die Unterstützung der Wachsamung, bevor ihr irgendetwas unternimmt Der Gerüchteorgen wird auf jeden Fall tun, was er immer tut Aus den Kappen herauszieht lang, während sich der Fein auf euch konzentriert Die Entscheidung für euch Die Dämmativen, dass in der Augenwege Welt nicht nur beistet, sondern auch beitretet Ach mann Also welchen bin ich letzt mal beigetreten, weiß ich schon gar nicht mehr Halt doch, weiß ich doch noch Ich höre, ihr verlasst uns, um einem der Orden beizutreten Ich nehme einen Spezialauftrag des Tribuns an Der Truppe, den neuen Anführer brauchen wir, die Gürtchen Und das seid ihr nicht mehr Na endlich Wird auch Zeit, dass der alte Merk kriegt, was ihm zusteht Aber was ist mit den anderen? Sie kennen mich noch nicht gut genug, um mich so zu lieben, wie sie sollten Ich brauche jemanden, dem ich trauen kann Jemand, der die Dinge anhackt Ihr habt eure Marotten Aber es gibt niemanden, die die Gürtchen eher zu hauen Wenn sich jemand beschwert schicken zu mir Oder haut ihn so lange über die Ruhe, bis er sich anders überlegt Hahahaha So Also Ne, nicht schon mit den Gelehrten Die Gelehrten bin ich letzt mal beigetreten Diesmal mach ich mal die wachsamen Die Wachsamen sind die richtige Wahl Ihr seid ein echter Gewinn für uns Und eure Fähigkeiten werden uns höchst nützlich sein Die Wachsamen verstehen, worum es hier geht Krieg Wir müssen die Drachengedrohung schnellstens ausschalten Und mit Riss hat eine Kommande empfangen gern Jaul ist mittlerweile höchstwahrscheinlich einer ihrer wehnlosen Diener Er verdient es in Frieden zu gehen Und sie den Tod Die gehen wir als nächstes vor Frontalangriff mit einer übermächtigen Streitkraft Die Abtei kann den Kristall zerstören Aber wir müssen hier zuerst den Weg geben Wenn sie schwächer werden oder ihr Zaubertank der Tag Zerkmettern wir den Kristall Setz mich im Leichenhof Morast Und wir machen der Waffe ein Ende Leichenhof Morast? Oh meine Fresse ey Das ist sowieso nix wert die Dinger hier Nehmen wir den da So Dann bin ich damit jetzt Jetzt gehe ich gleich aber erstmal weit die Karte erkunden Ich kann ja nicht jedes Mal eine Karte anfangen zu erkunden und dann abbrechen Geht ja auch nicht Dann sind sie noch bis nächstes Jahr dran bis ich damit fertig bin Ah Na dann Dann passt es ja gut Mal nachdenken Soll ich da zuerst hingehen oder doch lieber zuerst da oben hingehen Wie Ja 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 So dann wechseln mal kurz zu Mäle Und dann komme ich mal nach wie man ehle aussieht Was die daran vermurkst haben Wenn ich recht im Sinn hatte ich 30 auf ganz oben 30 auf ganz unten und 10 auf den letzten Scheiß Das ist ja Da ist ja Zuletzt war ich zum Beispiel online als diese komische Marionette da war Etwa gegen Ende der Story davon Da war ich zuletzt online das weiß ich noch Aber wann das zuletzt war weiß ich nicht Weiß das einer von euch wann das zu Ende ging? So Mal schauen Mein Magier Das ist mein netter kleiner Magier Aufgestiegenen Zauberstab Sieht ganz freundlich aus und bringt gerne Leute um Den Stab wir sowieso keinen Arsch mehr haben Kann ich sowieso nicht weitergeben Na egal Bringt sowieso nichts Ich bin bei uns Ich bin bei uns Jetzt weiß es wieder Der Rest